Musik Ich bin die Heidi Krött, 21 Jahre alt und mache meine Ausbildung zur Hotelverfrau im Schloss Flesensee. Jeder Tag ist wahnsinnig abwechslungsreich. Ich lerne sehr viel und das macht mich stolz. Eine der wichtigsten Dinge, die wir in unserer Branche ganz dringend brauchen, ist ein Gastgeberherz. Es macht mir sehr viel Freude, den Kontakt mit den Gästen den Tag über zu halten. Ich möchte gerne hierbleiben, um mich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Das Gastgewerbe gibt den jungen Menschen die Möglichkeit, eine Karriere zu bauen bis hin zum Moteldirektor. Die Arbeit macht mehr Spaß, wenn man von den Kollegen geschätzt und motiviert wird. Musik Mecklenburg-Vorpommern ist in Deutschland das am stärksten wachsende Tourismusland. Hier habe ich eine langfristige Jobsicherheit und Perspektive. Ich kann mir eine Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern vorstellen. Die Ausbildung ist hart, aber geil. Die Ausbildung ist hart, aber geil. Das ist hart. Ich kann mich bin.